Yo Leute, jetzt kommt dann endlich wieder ein neues Video von den Messer Barbaros. Hier hat sich einiges getan. Ich freue mich wenn ihr es euch reinzieht und wir sehen uns gleich im Video. Dankeschön! Hey Yo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Haltungsbericht bei den Messer Barbaros. Ja, ich weiß es war jetzt doch eine große Pause dazwischen, aber ich wollte den Ameisen einfach mal Ruhe gönnen, nebenbei auch den Sommer genießen und ja jetzt bin ich halt hier und jetzt können wir wieder direkt durchstarten. Was hat sich so getan? Also ich würde sagen die Barbaros Kolonie, die entwickelt sich perfekt, wunderbar. Ihr seht hier ist gerade die Hölle los, denn die kleinen Barbaros haben den Killer Instinct entdeckt. Dazu habe ich eine Steppengrille lebendig hier reingeworfen. Da zeige ich das Ganze von der Nähe. Und ja, sie hatte eigentlich absolut keine Chance. Ihr seht wie hier jetzt die Hölle los ist. Da wird sämtliches Viecher, also sämtlichen Kasten hier organisiert und die Kleine wird auseinander zerlegt. Ihr seht, sie lebt noch ein bisschen. Und mancher mag das vielleicht irgendwie makaber finden oder so, aber ich finde es nur natürlich. Den Ameisen soll nichts auf dem Silbertablett serviert werden. Und da darf es auch mal sowas sein. Also jetzt mit den Insekten momentan, ich könnte ihnen mehr Insekten geben wie Körner. Körner gebe ich ihnen momentan eh keinen. Wir schauen uns das Ganze dann in dem Nest an, was hier Körner vorhanden sind. Was sich sonst so getan hat, ihr seht, sie räumen irgendwie sowieso alles herum, wie es ihnen passt. Aber dürfen sie gerne machen. Sie haben jetzt fast perfekt das Wasserholen organisiert. Also es ist eigentlich fast den ganzen Tag über eine Straße zum Reagenzglas. Und da geht auch ordentlich wieder Wasser weg. Und das funktioniert ganz gut. Also sie befeuchten jetzt eigentlich die Kolonie selbst. Ich mache das jetzt nur sporadisch hin und wieder mal. Also ihr seht, was hier abgeht. Von reinen Sammlern oder Körnersammeln ist echt nichts mehr zu merken. Gehen wir den ganzen noch mal schön nah ran. Und ihr seht, wir hier sogar eine Malarbeiterin dabei. Also die gehen jetzt richtig richtig ab. Lassen wir sie ein bisschen werkeln. Wir schauen dann gerne noch mal zurück und gehen einfach rüber ins Nest. Hier ist quasi schon die Nachhut zur Abnahme bereit. Ähm, da ist irgendwie noch eine Wespe, die sich verlaufen hat. Wird abtransportiert. Ähm, normalerweise verfütte ich keine Wespen, aber die hat es nicht anders gewollt. Die wollte mich stechen. Habe ich sie zum Dinner eingeladen. Wie gesagt, die Messer sind jetzt irgendwie gar nicht mehr wählerisch. Die nehmen so ziemlich jedes Insekt, was ich ihnen anbiete. Und wir schauen einfach direkt ins Nest. Und wenn wir so hinschauen, sehen wir richtig viele Ameisen. Ich erspare mir jetzt das Zählen. Ich kann jetzt sowieso ohnehin nur noch schätzen. Und ich denke, wir sind zwischen 300 bis 500 irgendwo dazwischen angesiedelt. Ich gehe mal knapp von 350 oder gehe mal von 400 aus. Ich glaube, das ist eine ganz gute Zahl. Ähm, was ich am Anfang schon erwähnt habe, die Körner. Hier sieht man einen ordentlichen Vorrat, der sich jetzt über zweieinhalb Kammern gestreckt. Und darum werde ich auch jetzt keine Körner mehr so schnell verfüttern. Es geht jetzt schon langsam Richtung Winterruhe. Und da dürfen Sie gerne auch jetzt nur noch von Ihren Vorräten leben. Insekten gibt es jetzt noch ein bisschen, weil sie gerade so richtig angesagt sind. Was ich im Nest habe, das könnt ihr jetzt ein bisschen schauen, sind hier irgendwie solche Mikrokulturen. Keine Ahnung. Das ist eine glänzende Oberfläche. Die Ameisen kleben hin und wieder irgendwie Körner oder Öle. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die züchten da irgendwie eine Stelle heran. Das habe ich da hinten auch. Da sieht es fast richtig brutal aus. Aber es schimmelt nicht und es sind auch keine Milben da. Ich weiß nicht. Ich glaube, die züchten sich hier irgendwie in einem kleinen Garten oder so. Na, keine Ahnung. Wenn es Ihnen Spaß macht, solange es Ihnen nicht schadet, soll es mir recht sein. Wir gehen jetzt rauf in die Brutkammer und da sehen wir richtig, richtig viel Brut. Richtig viele Ameisen. Ich glaube, besser kann es gar nicht laufen. Und wieder stützt man wieder eine ab. So ein kleiner Überblick. Die Schäfin werden wir auch irgendwo sehen. Ich muss sie selbst gerade suchen. Hier ist unsere Schäfin. Mit der geht es wirklich, wirklich gut. Ich habe letztens wieder Eierpakete gesehen. Noch mal 300 Eier oder so. Also wirklich, wirklich viele, viele Eier. Vielleicht kann ich das Ganze auch ein bisschen zeigen. Die sind hier hinten drinnen. Noch viel mehr. Wo waren sie? Moment, entschuldigt mich, entschuldigt mich. Ich sehe es ja von außen. Ihr müsst es so. So gibt es da drinnen. Richtig, richtig viele Eier. Also, glaubt mir, wenn ich sage, dass hier richtig, richtig was abgeht. Hier ist auch so eine... Wo sind wir denn hier? Ach, Leute, ich gehe mich selber nicht mehr in meinem Nest aus. Na ja, jedenfalls. Ich glaube, es ist eindeutig ersichtlich, dass es denen wirklich gut geht. Da sieht man jetzt zum Beispiel so ein Eierpaket. Und von denen gibt es wirklich, wirklich viele. Und auch sonst, Puppen sind da. Ihr seht überall diese kleinen Tic Tacs. Überall sind Larven. In allen Stadien. Also, solange Larven vorhanden sind, wird auch weiter Insekten gefüttert. Damit sie vielleicht noch irgendwie vor dem Winter groß werden. Und sich verpuppen können. Umso weniger Energie braucht dann die Kolonie. So, wir gehen wieder ein bisschen zurück zu unserem Schlachtfeld. Und schauen, was hier so passiert. Wie ihr seht, da geht es wirklich... Hier ist Krieg. Reiner Krieg hier. Und ich muss sagen, es ist wirklich, manchmal wirklich geil. Also, ich denke mir, für was brauche ich eine andere Ameisenart. Irgendwie ziehen die jetzt so richtig brutal an. Da könnte ich, glaube ich, Schokoschaben verfüttern. Solange sie jetzt nicht zu schnell weglaufen. Weil die absoluten Jäger sind das natürlich nicht. Aber, ich glaube, das kann man ganz gut so stehen lassen. Wie es hier abgeht. Jetzt haben sie einen Luftzug von mir gespürt. Und sie sind auch wirklich mächtig aggressiv. Wenn ich jetzt so mit dem Finger hingehe, da werde ich sofort attackiert. Da geht es jetzt richtig, richtig ab. Die wollen mich umbringen. Und ja, teilweise zwickt es auch schon ein bisschen. Aber, das tut man nicht alles für die Tierliebe. So. Also, jetzt habt ihr das gesehen. Ich mache, ich lasse die Kamera noch ein bisschen laufen. Verabschiede mich einfach mit diesen Bildern der absoluten Ekstase hier. Freut mich, wenn euch das Video gefallen hat. Bleibt mir weiterhin so schön treu. Wir sind jetzt über 300 Abonnenten. Freut mich, wenn ihr euch immer wieder reinschaltet. Ich verspreche euch, es kommen auch wieder neue Videos. Heute sicher noch ein neues Video von dem Messer Capitatus. Schaut einfach rein. Und mit diesen wunderschönen Bildern des Schlachtfeldes verabschiede mich. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao Leute.